mehr nicht getroffen ja toll herrlich war wieder drüber knappe kiste mein moin hallo und herzlich willkommen zur nächsten und der war von der panzer mit den sowjetpanzern wir spielen die karte adennen im winter eroberung es gibt einen flaggenpunkt das wird ein spaß werden ich sag's euch jetzt die weit die leute rasten alle förmlich aus hier alle sind bereit das schön ist vor noch einer schnell mit 28 ja moin hallo das wird man schön die karte danke da piste ich einfach okay was wir gar nicht die karte zu fahren aller sonst richtig weg gut also die plan 34 außenrum und dann rein flankieren so wie in der letzten runde als wir den verein wirklich komplett eingeschlossen hatten und dann von hinten drauf gegangen sind auf sämtliche flugabwehrkanonen und flagpanzer und was weiß ich nicht alles ja das hat dann schon sehr spaß gemacht vor allem weil die jungs sind halt die waren komplett eingeschlossen eingekesselt also die konnten halt nichts mehr machen die sind gespawnt mussten dann dringend ein bisschen aufschießen und kaum war das geschehen waren wir aber schon wieder da also wir waren halt schon mal wieder maximale abfahrt muss man sagen muss man ehrlich sagen ja 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 das sauber verkackt nicht toll aber du auch oder das sauber bei mir getroffen vorbei wo auch zurück draufschieben wo auch um jetzt rückwärts aller jubel nicht hat sie gerade geladen wir sind dahinten los hier und ist denn da hinten los was ist denn da kommt zeigt dich wurde ist der tod erlebt doch noch hier ich komme den in die ränke eben doch so kritischer kritischer treffer da drüber der schade sehr sehr schade leider drüber geballert hier wieder drüber ja kreis in reine jeweils wird den abgämter den märz so abschissiver nice wofür für den dahinten was ist denn hier los, was macht er denn hier oh, der schießt jetzt auch auf mich, ne ui, 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 der will mir jetzt reinbrezen hier muss man mal gucken, ah, die gehen alle mit auf Flankierungskurse, schönes Ding ein kritischer, ui, oh, ich muss noch ein Stückchen zurück, ui, das war knapp drüber, oder da tut mir jetzt leid für dich ah, vorbei schade wieder drüber, ne, ah, ich hab verzittert, ne, am letzten Meter hab ich es verkackt andere Anfahrtswinkel gegönnt, wieder drüber, ok, 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 never mind wieder nicht getroffen, ja toll, herrlich, boah, wieder drüber, huhu, knappe Kiste Treffer oh mein Gott, jetzt fliege ich aber auf die Schnauze, ja Loll WTF, was war das gerade was ist denn jetzt hier los, bleiben wir nach hier ich bin getroffen, oh, der will aber wieder sneak picken, ne hat der gerade einfach alles weg gemacht, liegt so, ne wir sind wieder einsatzbereit, toll boah, ich treff den halt nicht, ne Abschlusshilfe, ja, schön Toll, zweite Abschlusshilfe, ne davon können wir uns zwar nicht, was ist denn hier los, oi, da hat's kurz ge-, boah, wie sie probieren, auf den letzten Metern, mich immer und immer wieder zu erwischen, ne, gewonnen, easy, nix gerissen, einfach nix, oh mein Gott, 14. im Team, oh schade, ja, da wäre halt so viel mehr drin gewesen, ne, gute Position, viele Panzer vor den Augen, ja, und dann hatte ich halt ein T-34 Panzer, der zwar schnell schießt, aber, ja, das war's dann auch schon, boah, gut, das war's mit der Runde, Wurf an der Panzer, ich sage immer, dickes Danke an alle, die dabei waren, macht's nicht, da kann ich jetzt mal ein Filter, das Auswasch, da rein, Luftöl, die Motorleistung verbessert, crazy, richtig schnell, alter, richtig fast, so, gut, ja, macht's Ihnen gut, macht's besser, ab, zehn, cut, tschüssi